Endlich angekommen in Nozibé. Die Haie will hier komischerweise keiner fangen. Ich habe aber eigentlich schon ein bisschen Bock drauf auf die Dinger. Mein erster Meeresfisch, eine spanische Makrele. Mein Fisch, der wird jetzt einfach als Haiköder hergenommen. Letzten Würfe nochmal. Letzten Würfe. Oh man, gefährlich bei dir, Mann. Nimm센 Kühler. Oh man, gefährlich bei dir, Mann. Der war ja, nevände ich es nicht so. Die und ich hatte diesen, wie viel mehr Bindern? Die und ich hatte diesen, wie viel mehr Bindern? Nimm Lied. Das war ja. Ich hatte diesen, was nicht mehr oder? Ein, wie viel mehr Bindern? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Seitlich die Sau. Seitlich gehackt. Ein richtig geiler Morgen. Wir sind im Norden von Madagaskar, liegen hier in der Bucht. Und der Tag gestern war sowas von geil. Zuerst der Lars, ein richtig schöner, großer GT, habt ihr ja gesehen, so um die 20 Kilogramm. Und meiner später dann einen quergehakt. Ja, extremer Druck. Ich dachte zuerst, das ist eine richtige Kuh. War dann nicht ganz so groß wie der von Lars, aber trotzdem ein Hammerdrill. Wir haben aber auch wieder Fische verloren. Fehlbisse. Einmal habe ich nochmal die Schnur durchgehauen. Die schrumpeln dann so schnell in die Schnur und dann ist es einmal locker und dann zack. Und es ist echt ein schwieriges Angeln für so einen Welsangel, der nur die langsamen, starken Fische gewöhnt ist. Aber es macht total Fun. Ich bin richtig happy, wie es läuft. Wie gesagt, zwei große GTs, aber ansonsten auch Barracuda, Grouper und noch viele andere kleine Fische, die ich gar nicht kenne. Sie sehen teilweise auch aus wie so kleine GTs. Also es sind echt neue Erfahrungen. Jetzt beginnt der dritte Tag. Danach haben wir noch insgesamt dreieinhalb Angeltage nach diesem oder mit diesem, Felix. Mit diesem haben wir vier. Mit diesem haben wir sogar noch vier. Also es läuft noch. Ich bin mal echt gespannt, was heute so funktioniert. Und wenn was funktioniert, machen wir die Kamera natürlich nochmal. Mal auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020